Aber hast du gehört? Ja, mit dem ich jetzt das auch gut war. Wie sogar er anfing zu picken, die Steine zu picken. Wenn ihr mal richtig Spaß haben wollt und richtig abfeiern wollt, dann kann ich euch nur sagen, kommt hierher. Es ist der Kracher. A. Ein super, super, super Chef. Unheimlich nette Bedienung. Also nicht immer nur die jungen Mäuse anbackern, sondern mal jemand halten. Du hattest tolle Frauen. Ich will ja nicht die große Show machen. Wichtig ist heute Herr Herbert. Die Getränke stimmen. Der Wein hat die richtige Temperatur. Und außerdem kann man ja logischerweise auch mal den Portolese machen. Was machst du? Dann machen wir das. Wir machen Herbert als Polonaise. Was ganz wichtig ist, ich habe ja nun drei Nächte lang hier geschlafen. Es ist wunderbar ruhig. Es nervt nicht. Es ist kein Krach. Ich kenne Hotels, da fahren die LKWs durchs Zimmer. Nein, hier ist absolute Ruhe. Und in diesem Sinne sage ich einfach nur, Prost auf den Gasthof, Felken. Euer Gott, die Wände, Hals.